Oh, das ist ja mal wieder so eine richtig große Ader. Eine Neverending Ader. Ah, komm mal, hier ist noch was. So, und hier. Da bin ich was übersehen. Da oben liegt bestimmt noch Kupfer rum. Mag ich wieder rauf gehen? Und eben so, ne? Komm mal, da war noch Kupfer dabei. Alles klar. Uh. Wo ist denn unsere Höhle? Hoch da. In der Höhle könnte es eventuell auch Kupfer geben. So, wir haben ja festgestellt, desto weiter hoch wir gehen, umso wertvoller werden die Ressourcen, wenn wir wieder weiter runter gehen. Eigentlich müsste ich irgendwie unter meinem Haus einen Keller anlegen können, damit wir da, was soll ich sagen, in Kupfer rankommen. Guck mal, da ist noch mehr Kupfer. Äh, imp. Hier wird nicht getänzelt. Und erledigt. Sicher, für den Koppelin lässt uns da mal in Ruhe. So lange ich mir das Kupfer hier einverleib. Oh, ich hoffe, wir fallen da nicht runter. Das wäre mir auch unangenehm. Guck mal, da ist noch ne ganze Menge Kupfer. Komm, Randa. Lass mir Randa, denn sie will ja. So. Äh, ich hänge hier fest. Jetzt nicht mehr. Du kannst ein bisschen mehr Kupfer sein können, wobei, da ist ja noch Kupfer, oder? Ja, tatsächlich. Da hat mich meine Spürnase nicht getäuscht. Beinahe wie er hier schon wegmarschiert. So fett war ich wieder, ne? Ja, komm weg mit dir. Woher haben wir denn mittlerweile wieder? 21, also wieder 10 Barren. Ist doch schön. Meine Güte, wie groß ist denn diese Ader? Das nimmt ja gar kein Ende. Dabei denke ich mir mittlerweile über eine Aufwandepause nach. Bin ja schon bei 2 Stunden. Irgendwann ist ja auch die Festplattenkapazität erreicht. Das wird ein Spaß, das zu anschmotzen, ne? Ich glaube, da werde ich an die 6 bis 8 Stunden dran sitzen. Na gut, muss ich halt etappenweise machen. Bringt mir ja nichts anderes. Gibt vielleicht vielleicht nichts anderes übrig. Ja, hörst du mal auf. Langsam wird's umverschämt, ne? Eieieiei. Wo ist er? Back to the copper. Ah, langsam hört's auf. Gut. War's das? Nichts Verstecktes mehr? Will ich mal hoffen, ne? Ja, es ist schon wieder Nacht da draußen. Wupp. Moment, wo ist meine Fackel? Hier. Hätte ich doch viel lieber hier unten. Brunt uns zwar nicht viel, aber hey. Hm. Na komm, mit euch werden wir fertig. Angard! Oh, oh. Die meint's ernst. Ach komm. Die haben nix drauf. Und der nächste. Ja, der hat nix drauf. Auch nur, weil er keine Rüstung hat, ne? Regenerierst du mal langsam? Ja, jetzt regeneriert er. Ist doch schön. Ich glaub, den nehmen wir doch ein bisschen aus der Distanz. Ernst, ne? Wie so ein Goblin-Boss aussieht. Schön still und bleiben. Schön still halten. Bald ist es vorbei. Danke. Haben wir hier drin auch Kupfer? Oh, noch so eine Höhle. Aber wie hoch müssen wir eigentlich? Guck mal. Den Champion da hinten hätte ich gerne fliegen sein. Wow, wow. Bist du wahnsinnig. Sprinkt er mir hier einfach ins Gesicht? Nee, 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 Goblin. So nicht. Äh. Genau. Mach erst mal Licht, damit uns alle Goblin sehen. Regeneration. Hallo. Nicht, dass Interesse verliert. Oh, da hat er gar nichts drauf gehabt. Seine Seele plus 102 Hells. Oh, 817 HP. Das ist ja der Grelle-Wahnsinn. Oh, so ein Basic-Mission-Buds. Also Goblins schleppen Basic-Mission-Buds mit sich rum. Gut zu wissen. Oh, komm mal. Er ist noch so ein Champion. Ja, ist gut, Kleiner. Oh, gib mir deine Seele. Hier hab ich mir verliegt. Ähm, mäm, 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 mäm. Ich hab dich genau gehört, Freundchen. Du Schufka. Gib mir deine Machine-Boards. Aber jetzt. Sehr schön. Ich frag mich, wonach das ranzige... ...Essen schmeckt. Was bist du denn? Bist du ein Werwolf? Oh, oh. Elite. Lizard-Berserker. Boah, ich bin weg. Ich hoffe, der kann nicht schneller laufen als wir. Sorry, war ein Fehler. Ich wollte nur wissen, wer du bist. Wollte dich nur nach deiner Handynummer fragen. Ich glaub, wir rennen jetzt erstmal, bis es Tag ist, ne? Oh, oh. Wer meint's ernst? Lauf. Uiuiui. Ja gut. Verschwinde. Genau. Die Angst vor uns haben, ne? Ah, das ist nur ne Wolke. Ich dachte schon, was schwebt denn da? Wow, 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 wow. Hier sieht das ja cool aus. Genau, wir reden mal mit ne... Wow. Ähm. Da ist nur noch einer. Oh. Und jetzt ist wieder Tag. Oh, wow, 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 wow. Komm, regenerier. Und jetzt springt noch bestimmt ein Direwolf ins Gesicht. Solange wir noch so low sind. Oh. Hey, der Witzker. Da müssen wir ja das ja an Fünf-Tages-Marsch. Der Grelle-Wahnsinn. Na, gehen wir da lieber nicht lang. Ich glaub, ich rette mich jetzt mal langsam in die Aufnahmepause. Oh. Oh, was bist denn du? Ein V? Jep. Äh, nee, ein P-Muss. Gucken, was deine Seele so hergibt. Aber mit den Seelen wird man ja auch irgendwie zugemüllt. Hm, ein bisschen mehr Armor. Na komm, probieren wir die mal aus. Ja, das sind hier unsere Stats. 1.184 Armor. Uh. Hi. Ich glaub, mit dir werden wir auch fertig, ohne Bolzen zu verschießen. Wir brauchen schon hier ein bisschen Mut. So, und hier drin suchen wir das große Glück. Gold, Diamanten, Eisen. Hm. Und Kupfer. Aber wie gesagt, Leute, darum kümmern wir uns dann beim nächsten Part. Vielleicht craften wir uns vorher noch ein paar Fackeln. Damit wir unseren Ausgang markieren können. Kann man ja immer gebrauchen. Ähm. So, Freunde. Also denn, bis zum nächsten Mal. Tschüüü. Vielen Dank.